Sie setzt wieder einmal auf eines ihrer Lieblingsoutfits. Letizia von Spanien traf am 2. Februar in Madrid bei einem Film-Event auf Star-Regisseur Martin Scorsese. In der Academia de Cine unterhielt sie sich mit dem Hollywood-Urgestein und dem spanischen Filmemacher Rodrigo Cortes. Dabei glänzte die 51-Jährige in einem weißen Blazer aus Stretchwolle von Carolina Herrera mit passender gleichfarbiger Hose. Dazu kombiniert sie einen rosafarbenen Oversize-Mantel aus Wolle und Kaschmir. Das Outfit trägt Letizia nicht zum ersten Mal. Im November 2023 bezauberte die Zweifach-Mama bei einem Besuch in Dänemark in diesem Look. Zwei Jahre zuvor zeigte sie sich auch bei einem Treffen in Schweden im selben Dress. Auch bei ihrem jüngsten Auftritt in Madrid zieht die Ehefrau von Felipe von Spanien in ihrem charakteristischen Working-Girl-Stil alle Blicke auf sich.